Es freut mich, dass Sie diesen Podcast ausgewählt haben. Kai Wiesinger ist nicht nur ein guter Schauspieler, mittlerweile auch erfolgreicher Autor und alt genug, um zu wissen, was wirklich wichtig ist. Man hetzt hinter Dingen hinterher, die letztlich überhaupt keine Bedeutung für unser Leben haben. Und dann gibt es, oft sind es ja leider sehr dramatische, traurige Ereignisse, die uns für kurze Zeit uns wieder wirklich völlig auf uns besinnen lassen und sagen, es ist doch scheißegal, was das für eine Note ist. Oder das Einzige, wenn man es mal wirklich runterkocht, sind meine Kinder gesund? Kann ich lange für die Kinder da sein? Sind wir zusammen? Haben wir gemeinsame Erlebnisse? Und alles drumherum könnte doch wegfallen. Es ist so simpel. Zuhören macht klüger, wenn wir offen sind. Wenn wir uns wirklich unserem Gegenüber widmen, ihn oder sie in keine Schublade stecken, dann haben wir die Möglichkeit, auch für unser Leben sehr viel zu lernen. Herzlich willkommen, Kai Wiesinger. Guten Tag. Der Lucky's Up, so heißt ihr neues Buch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch viel gelacht bei dem Buch. Ja, so soll das sein. Die Idee war ja wirklich, ein Buch zu der Serie auf der einen Seite zu schreiben, was wirklich nur lustig ist in erster Linie. Auf der anderen Seite aber eben dann doch nicht nur lustig, sondern wirklich Informationen verbreitet, die ich gerne mit 40 gehabt hätte. Einfach, wie schafft man den Übergang in die zweite Lebenswelt. Und könnte man sagen, das ist ein Buch für, also ich bin ja eine Frau und trotzdem habe ich gelacht, aber ich glaube, es ist so ein bisschen ein Buch für Männer. Ich glaube, es ist das perfekte Geschenk für Männer von ihren Frauen, also die Frauen sollten es vorher lesen, damit sie ihre Männer ein bisschen besser verstehen und die Männer können es dann danach lesen und bekommen viele Fragen beantwortet, die sie sonst beim Urologen oder Augenarzt stellen würden. Könnte das nicht auch zu Missverständnissen führen, weil das ist ja auch ein großes Thema von der Serie, der Lack ist ab. Wenn ich meinem Mann so ein Buch schenke, könnte er sich nicht irgendwie, ja, also als ob er nicht mehr genügt, könnte das nicht dazu führen? Ich glaube, ich glaube, wenn man einfach ganz ehrlich ist, dann weiß man in dem Alter, wo man dieses Buch geschenkt bekommt, dass der Lack ein bisschen ab ist. Das weiß man, auch wenn man es versucht zu verdrängen oder so darstellt, als wenn es ja jetzt alles ganz toll würde, weil man jetzt so alt und reif und weise wird. Aber ich glaube, diese ganzen körperlichen Wehwehchen, die so ab 35, 40 auf einen zukommen, machen es jedem Mann sehr, sehr klar, wenn er ehrlich zu sich ist, dass vieles nicht mehr so funktioniert wie früher und man viel länger braucht, um die gleiche Fitness zum Beispiel zu haben. Und das ist jedem bewusst. Natürlich ist der Titel dann so, dass ich es ja auch im Vorwort schon schreibe. Ich glaube, die meisten Männer bekommen dieses Buch sehr zurecht geschenkt, weil es ihnen unangenehm wäre, im Laden danach zu fragen. Und für die Frauen, glaube ich, ist das weniger peinlich. Es ist ja auch tatsächlich ein Ratgeber. Auch ich habe zum Beispiel Dinge erfahren, weil das fängt ja so ein bisschen der körperliche Verfall mit der Lesebrille an. Es geht bergab. Ich habe mich zum Beispiel ewig gefragt, ob eine Brille für sieben Euro genauso gut ist wie für ein paar hundert oder tausend Euro sogar. Und habe deswegen mit vielen Experten gesprochen und kann jetzt ganz klipp und klar sagen, ja, eine Brille für sieben Euro kann für die meisten Leute genauso gut sein wie eine für 400, 500. Und es wird beschrieben, wie macht man den Test mit seinen Augen, indem man einfach einmal das eine Auge zuhält und einmal das andere und durch die Brille guckt. Und wenn das genau gleich scharf ist, dann weiß ich, diese Brille wird meinen Augen nicht schaden. Die wird gut für mich funktionieren. Das habe ich nie gewusst. Ich auch nicht. Und was auch interessant ist, ich dachte auch immer, das ist ja, dass wenn man dann einmal anfängt mit der Lesebrille, dass die Augen dadurch schlechter werden. Und seit ich das Buch von Ihnen, der Lackis, abgelesen habe, weiß ich, das stimmt gar nicht. Nein, die Augen werden sicherlich nicht schlechter. Man hat oft nach dem Benutzen der Brille ja den Eindruck, dass man danach noch schlechter sieht, weil dann in dem Moment sozusagen das Gehirn und das Auge sich sicherlich umgestellt haben und auf diesen Brillenmodus. Das heißt, es ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll, die Brille immer wieder abzusetzen und so viel ohne Brille zu gucken, wie es irgendwie geht. Ja. Aber bei mir ist zum Beispiel so, ich verschicke dann dauernd Nachrichten, die kryptisch sind, weil ich auch die Autokorrektur nicht mehr gelesen habe oder nicht erkennen kann. Und es ist so peinlich, oder manchmal? Es ist super peinlich. Ich habe selbst für die Einladung zu der Buchvorstellung habe ich vielen Leuten per SMS geschickt, wollte ich schreiben, kommt doch zu meiner ersten Lesung von der Lackis ab. Und dann schrieb mir ein netter Freund zurück, sag mal, ich wusste gar nicht, dass du ein zweites Buch geschrieben hast, der Lack Istanbul. Ich sage, wieso denn der Lack Istanbul? Sagt er ja, du hast doch geschrieben, komm zu meiner Lesung, der Lack Istanbul. Ich habe es nicht gesehen. Und das, finde ich, ist ein deutliches Zeichen, dass eine Lesebrille dann sehr, sehr angebracht ist, weil man kann das Handy nicht so groß schalten, dass man nur noch zwei Buchstaben auf der Seite hat. Da wird man ja verrückt. Ja, das ist, ich habe mir dann auch manchmal gedacht, vielleicht ist das ganz gut so, dieses so, der erste Wink, dass man sich damit beschäftigt und sich dem auch stellt, es ist nun mal einfach so. Es ist so. Und es ist auch vor allen Dingen nicht zu ändern. Das fand ich auch so spannend. Für mich war ja immer die Frage, wird jeder im Alter altersweitsichtig? Kann ich das vielleicht durch Gymnastik, wir haben Leute von Augengymnastik erzählt. Ja, es gibt ja Leute, die das sagen. Ja, ja. Also es kann auch Wunder geben, sicherlich. Aber wenn man mit dem Augenarzt spricht, ist es tatsächlich so, dass aufgrund der nachlassenden Elastizität der Linse das eben nicht mehr scharf zu stellen ist. Und so ist es bei jedem Menschen, dass der bis zu einem Alter von etwa 65 Jahren rund minus 2,5 Dioptrien auf jedem Auge bekommt, wenn es der normale Verlauf eines normalen Auges ist. Wenn jemand jetzt vorher schon eine andere Schädigung oder zusätzliche Probleme mit den Augen hat, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber rein statistisch passiert es jedem und deswegen braucht jeder ab einem gewissen Alter eine Brille. Manche Menschen, die haben früher vielleicht schon eine Brille gehabt und durch diese nachlassende Elastizität wird jetzt etwas kompensiert, was vorher ein Schaden war. Ja, das finde ich unglaublich. Die können im Alter dann ohne Brille lesen. Ja, aber wo ist denn da die Gerechtigkeit? Na gut, die Gerechtigkeit ist, weil sie haben vorher eine Brille gehabt. Nein, aber ich habe schon so Menschen getroffen, die haben gesagt, bei mir ist jetzt alles klar. Entweder haben die halt ihr ganzes Leben lang vorher, ohne es zu wissen, eigentlich unscharf gesehen oder sie haben eben vorher eine Brille getragen. Also ist es doch wieder gerecht im Grunde? Ich glaube, am Ende ist alles gerecht. Und das wirklich Schöne ist, dieser Humor. Also ich musste wirklich herzlich lachen, als es um Vergesslichkeit ging. Und dann schreiben sie so sinngemäß, ich habe alle Namen meiner Kinder und Hunde durch und mein Sohn hat immer noch nicht reagiert. Das ist doch schlimm, oder? Das ist so schlimm. Ich meine, man kennt das von seinen Großeltern, dass die dann irgendwie verrückte Namen oder die Namen der Geschwister zu einem sagen. und man selber stellt plötzlich fest, ich rufe auch. Und dann denke ich, wie heißt der Hund nochmal? Weil dann die Namen auch so ähnlich sind. Dann denkst du, alle enden hinten auf A, der eine heißt Sola, der andere heißt Sola. Und dann denkst du, ja, jetzt kommt irgendeiner von euch, kommt doch bitte mal. Und man ist einfach nicht allein. Und es passiert wiederum auch das. Es ist ein völlig normaler Vorgang. Aber kann man auch trainieren. Und da habe ich auch ein paar Übungen dann eben mit da reingeschrieben, dass es erstens normal ist und zweitens, dass man es nicht nur so hinnehmen muss. Das Positive ist ja wirklich, wir können auch unser Gehirn trainieren. Also könnte man ja, das ist ja wirklich, da gibt es ja auch Übungen, wie zu allen anderen Sachen, auch richtige Anleitungen, auch zum Haaretönen, Haare färben. Und da beim Gehirn, weil Sie erinnern sich, Sie haben eben gesagt mit den Augen, daran können wir anscheinend ja nichts ändern, aber am Gehirn, da können wir was ändern. Am Gehirn können wir was ändern. Das müssen gar nicht mal Übungen sein, dass man sagt, ich versuche jetzt irgendwelche Rätsel zu lösen oder sonst wie, sondern ich glaube, ganz entscheidend ist ja das Interesse, dass Menschen, die werden immer, sagen wir, vergesslicher oder auch verkümmern ja geistig, wenn sie nicht geistige Anreize bekommen. Das heißt, das Interessante ist, sich auch im Alter für Dinge zu interessieren, neue Eindrücke zu sammeln, bewusst neue Erlebnisse zu sammeln. Und das kann man halt nur, wenn man rausgeht, wenn man sich bewegt, das ist sowieso gut, wird man agil, bleibt in Bewegung, total wichtig und geistig rege zu bleiben, heißt auch eben, nicht Kreuzworträtseln zu machen, was es auch schön ist, aber es ist noch viel besser, wenn ich wirklich neue Sinneseindrücke mit allen Sinnen aufnehme, wenn ich Dinge erlebe und dadurch mein Gehirn einfach dem die Chance gebe, neue Autobahnen zu knüpfen, neue Verbindungen zu knüpfen und eben diese Eindrücke zu verwerten. Das Gehirn ist ja oft sehr trügerisch, da lernen wir auch sehr viel aus Ihrem Buch, gerade was Verliebtsein betrifft. Ich glaube, Psychologen nennen das auch so einen leicht verrückten Zustand, weil das mit Realität nicht so wirklich viel was zu tun hat. Dann sieht man ja in dem Verrücktesten gegenüber die schönsten Sachen und wenn diese erste verliebte Phase vorüber ist, erkennt man ja eigentlich erst, dass er sagt, das ist eigentlich eine totale Klatsche von dem anderen, die fand ich zu Anfang total schön und anziehend und wenn ich aber zwei Jahre mit dem zusammen bin, dann macht mich das wahnsinnig und es ist trotzdem genau das gleiche Verhalten. Wie können wir denn das erhalten? Also was können wir tun, dass die Liebe frisch bleibt? Sie sind ja auch schon in einer langen Beziehung und Sie haben auch mal einen Dokumentarfilm gemacht über glückliche Paare, also die schon lange miteinander leben. Ich glaube, das größte Problem, was den meisten Paaren passiert, ist, dass sie das Interesse aneinander verlieren, dass sie den anderen als gegeben hinnehmen und davon ausgehen, der ist sowieso immer da, der reagiert sowieso immer so, der ist praktisch ein Teil von mir und damit geht ganz, ganz viel verloren. Das Entscheidende ist einfach, den anderen immer als einen eigenständigen Menschen wahrzunehmen, der sich unter Umständen auch weiterentwickelt und wegentwickelt von dem Bild, was ich von demjenigen habe. Die meisten Paare, mit denen ich gesprochen habe, die gemerkt haben, dass was verloren geht, sagte, das geht einfach im normalen Alltag, gehen einfach auch Gefühle füreinander verloren, weil man sich nicht mehr wahrnimmt, sondern weil man nebeneinander herlebt, die Kinder im Grunde genommen nur noch von A nach B fährt und guckt, ob der Eischrank voll ist, aber keine Gespräche mehr miteinander führt das Interesse an dem, was in dem anderen vorliegt. Ja, Sie haben völlig recht, da werden bestimmt viele jetzt unsere Hörer auch nicken, aber so im Alltag, sie leben auch in einer Patchwork-Familie, sind viele Kinder, da ist Geschrei, Türen schlagen, der Hund muss raus. Man geht ja auch echt auf dem Zahnfleisch, gerade wenn man Kinder in so einer großen Range hat, wie wir, dass man wirklich vom Abitur bis zum Kindergarten alles gleichzeitig erledigt, ist es schon so, dass man die Minuten am Tag sucht, wo man auch mal einfach eine Sekunde in Ruhe nachdenken kann und sei es, um zu arbeiten. Und das ist aber genau das, das werden ganz viele Menschen scannen, die uns zuhören. Das ist die Masse. Das haben Sie auch schon vor 100 Jahren gekannt, das hat sich sicherlich nicht verändert, nur unsere Gesellschaft hat sich dahingehend verändert, dass die Rollen anders verteilt werden und das finde ich eben auch so einen spannenden Aspekt, dass wir, klar ist es, es sind viele Dinge, wie Frauen in der Gesellschaft wahrgenommen werden, beschäftigt werden, bezahlt werden, ist vieles noch im Argen, absolut. Aber, was völlig außer Acht gelassen wird bei dieser politisch korrekten Diskussion immer über Frauenquote und die Männer machen Baby, ja, erstens finde ich, die Frage sollte man auch stellen, wie geht es eigentlich Kleinstkindern, die dem Vater übergeben werden, der ein Jahr frei macht, weil die Mutter gerne weiter arbeiten möchte, nur eine biologische Frage. Ist das für das Kind das Gleiche, ob das mit zwei Monaten ein Jahr hauptsächlich mit dem Vater verbringt oder mit der Mutter? Ich weiß es nicht, ich finde die Frage interessant und das andere, was keine Frage ist, sondern in den Praxen von Sexualtherapeuten ein Dauerthema ist, dass sich die Sexualität der Menschen total verändert, dadurch, dass die Geschlechterrollen völlig aufgehoben werden. Das ist zwar nach außen alles immer toll und es wird von allen, ja, jetzt ist es alles gleich und wir haben hier nicht mehr diese Unterschiede, typisch Mann, typisch Frau, ist im Bett ein Riesenproblem. Was sind denn dann die Probleme, die entstehen durch diese Rollen, diese unterschiedlichen Rollen, die eingenommen werden? Das werden die Paare, die zuhören, sicherlich werden sich angucken und werden sich schon tief in die Augen gucken und sagen, ja, da sind manche Sachen, die haben sich einfach verändert und das hat eben die Auswirkungen darauf, dass die Sexualität in der Form einfach manche Blessuren davon trägt, weil eben dazu nicht nur gehört, dass wir beide die besten Freunde sind, beide alles gleich machen, beide zusammen arbeiten und die Steuererklärung machen und dann zusammen durchs Haus nochmal wischen. Das ist auch die Rolle der Männer, hat sich einfach in der Gesellschaft durch dieses veränderte Arbeitsleben der Frauen, was ja ganz viel Gutes für sich hat, aber es hat halt, welche Frau will einen Mann, die kommt nach Hause mit ihrer Aktentasche von der Arbeit oder was auch immer sie gemacht hat und der Mann steht da mit dem Staubsauger und einem Feudel über der Schulter und sagt, schuldige Schätzchen, ich muss schnell noch einmal klar, die Kleine hat gerade gespuckt und hier ist alles voll und ich bin noch mit dem Saugen nicht fertig. Das ist nicht der Italo-Hengst, den die sich hinterher in der Küche vorstellt. Das ist ja genau die Krux der Sache. Frauen wünschen sich ja, dass Männer eben, sie haben es genau auf den Punkt gebracht, dass Männer einfach mit da sind für die Familie, aber sie wollen auch diesen anderen Mann, sie wollen diesen starken Mann, diesen männlichen Mann und das ist für den Mann, glaube ich auch, also heutzutage nicht so einfach. Nein, das ist ja jetzt nicht alles meine eigene alleinige Erfahrung, sondern das sind wirklich viele, viele Gespräche mit Therapeuten, mit Paartherapeuten, genauso wie mit Sexualtherapeuten und Ärzten. Es ist einfach ein Problem. Das wird aber so, weil wir politisch das korrekt irgendwie nicht äußern wollen, sondern alle so tun, als ob es alles nur toll wäre, wenn wir das jetzt alles mal umkrempeln und sagen, gut, wir müssen alles gleich und gleich gerecht machen. Gerechtigkeit selbstverständlich, gleiche Bezahlung, selbstverständlich, aber es hat halt andere Auswirkungen auf das Gefühl eines Mannes, auf das Gefühl einer Frau und wie die aufeinandertreffen, wenn diese äußeren Umstände so drastisch verändert werden, was nun mal das eine mit sich bringt. Es ist ja teilweise auch überhaupt nicht zu schaffen, also wenn ich mich jetzt als Frau als Beispiel nehme, also Frauen heutzutage sollen ja im Beruf erfolgreich sein, sie sollen tolle Mütter sein, immer da sein für die Kinder, gut aussehen, das ich meine, und ach ja genau, der Haushalt muss natürlich auch perfekt sein, das ist ja nicht zu schaffen. Nee, vieles an dem, also vieles an diesen Rollenbildern, die heute so definiert werden, das soll so sein, ist eben nicht bis ins letzte Detail wirklich durchdacht, weil das, es funktioniert halt nicht, man kann nicht all das erfüllen. Es ist schon sinnvoll, dass manche, manche Sachen haben auch biologisch ja schon einen gewissen Sinn und wenn man denen alles, wenn man das alles in Frage stellt und sagt, wir machen das jetzt halt alles anders, weil wir es halt alles anders können, das ist so, wie ich, ich höre gerade von Leuten, die jetzt auch anfangen, ihre Hunde vegan zu ernähren, weil wir es als Menschen so denken können, ist sicherlich toll, es wird viel zu viel Fleisch gegessen, der Umgang mit Tieren ist sicherlich an vielen Stellen schrecklich, aber dass man jetzt anfängt und sagt, jetzt müssen Hunde vegan leben, ist einfach idiotisch, ja, also bei aller Liebe, das ist doch, da wird dann immer so weit gedacht und wir sind dann alle so korrekt und sagen, ja, wir müssen dafür kämpfen, dass jetzt alles so ist, aber es ist einfach, vieles ist einfach eben dann viel zu kurz gedacht. Aber Sie kennen wahrscheinlich auch diese, ich habe sofort eben an meine Tochter gedacht, die mir genau diesen Vorschlag gemacht hat, vorwurfsvoll, warum unser Hund, warum wir das nicht machen, warum wir den nicht, nicht vegan, aber fleischlos. Ja, aber dann können irgendwann auch sagen wir, die Pflanzen müssen einfach Wasser sparen, wir machen jetzt mal Blumen ohne Wasser. Weil wir müssen alle Wasser sparen. Nein, was ich fragen wollte, das kennen Sie aber auch, oder, dass das solche Diskussionen von zu Hause. Ja, es ist ja auch, wir leben in einem solchen Luxus und einem solchen finanziellen und wirtschaftlichen Wohlstand, dass wir uns diese Diskussion leisten, ja. Dafür haben wir nun mal ein sehr gut ausgestattetes Gehirn, was sich tausend Dinge ausdenken kann und Konzepte bilden kann und auf Ideen kommen kann, die ich nicht hätte, wenn ich jetzt nicht so eine Großhörnrinne hätte, dann wäre ich nicht in der Lage, so zu denken. Ein Tier kann so nicht denken. Also das ist ein Vorteil. Aber es heißt ja nicht immer, dass alles, was wir uns dann ausdenken, auch wirklich Sinn macht. Ich meine, Sie sind auch in der Welt rumgekommen. Also wenn man überlegt, Menschen, die wirklich sich Gedanken machen müssen über das Essen, was ihnen fehlt oder einfach auch nur, die nicht sagen dürfen, was sie denken, die würden sich wahrscheinlich wenig, also das ist einfach so, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein totales Luxusproblem. Naja, es ist, sagen wir mal so, in unserer Luxusgesellschaft haben wir die Zeit und den Raum, diese Probleme aufkommen zu lassen und das ist ja völlig richtig. Es muss ja auch alles durchgedacht werden. Ob dann alles davon hinterher umgesetzt werden muss, ist doch die Frage. Also ich finde, das hat dann so Grenzen, wo man sagt, ja okay, bis dahin ist das sinnvoll. Jetzt Tiere auf vegan umzuerziehen, erscheint mir erst mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Der Grundgedanke, dass weniger Fleisch verbraucht werden muss, aus tausend Gründen, die wir alle kennen, ist selbstverständlich richtig. Ja genau, das ist der feine Grad, klar. Und ich finde das auch vollkommen okay. Also ich meine, sie waren auch mal 20, sie sind ja, und da natürlich ist es auch, ich finde schon, in der Pubertät oder auch in der Jugend, da formuliert man drastischer. Also man, jetzt auch diese ganze Friday for Future-Bewegung, Ja, aber es ist ja toll, dass junge Menschen einfach nicht nur noch vor dem Handy sitzen, sondern dass da auch einige Pfiffige dazwischen sind, wirklich ganz, ganz entscheidenden Einfluss auch auf die Entwicklung unserer Gesellschaft haben. Ich sehe das ja auch an unseren Kindern. Das ist fantastisch, was die da für Vorreiterrollen einnehmen und auch uns Ältere immer wieder überzeugen, auch Gewohnheiten aufzugeben und zu sagen, guck mal, wir können das so und so lösen, können viele Dinge besser machen, als ihr es vorher gemacht habt. Das finde ich großartig. Ja, ich glaube, dass das auch viel, dass das viel verändert hat. Also wir kriegen das auch so ein bisschen gespiegelt, dass da viel am, ob es der Frühstückstisch ist oder im Auto, wenn man Beifahrer ist, was sie ja auch kennen, da wird mehr gesprochen. Ja, absolut. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Jugendliche, die ganz tolle Sachen machen. Es gibt auch ganz tolle Alte, die tolle Sachen machen. Ja. Also es gibt schon, da kann man sich freuen, dass nicht alle irgendwie in den Social Media Netzwerken verblöden. Das ist sehr gut. Was ja leider ein Großteil der Menschheit tut. Das ist auch schön, weil im Buch, das ist auch dann, dass man, dass dann auch irgendwann mal kommt, bei all den kleinen, bei den kleinen Sachen, Lack ist ab, dass wir auch mal stolz sein sollen. Und da ist ein viel mehr aufeinander zugehen. Das muss, das muss ja passieren. Ich meine, wenn wir jetzt alleine unsere, die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft angucken, wir sind ja inzwischen wie so ein umgekehrter Tannenbaum. Unten ist die kleine Spitze der jungen Menschen, die auch in erster Linie die Älteren versorgen werden müssen in Zukunft. Und wir sind irrsinnig viel mehr Ältere. Immer mehr wird das. Und ich glaube, dass dieses Bild, was oder dieses gesellschaftliche, dieser Konsens, der entstanden ist, dass wir alle super finden, 50 ist das neue, 30 und wir fahren mit 60 Skateboards und wir sind alle so hip und hören die gleiche Musik und wir duzen uns alle und chillen und so, hat sicherlich schöne Aspekte und hat sicherlich auch was, was früher war, aufgeräumt. Ja, also mein Vater wurde noch mit dem Rohrstock geschlagen. Das ist vorbei. Jetzt sind wir halt in dieser anderen Phase. Aber dafür ging verloren, dass dieser Respekt vor dem Alter ja ganz viel Positives hat. Wir bringen ja die Kinder dadurch, dass wir selber versuchen, nicht öffentlich zu altern, sondern immer jung und hip zu bleiben, geben wir den Kindern ja auch eine ganz, ganz schwierige Vorgabe mit auf den Weg, nämlich das absagen wir mal 40. Es sich umdrehen muss und wir müssen versuchen, nach hinten, nach unten uns festzuhalten und können nicht einen Weg gerade weitergehen. Das hat noch gar nichts mit Stolz zu tun, sondern wir können, finde ich, wenn wir älter werden und unser Wissen auch erinnern und geschickt weiterentwickeln, können wir natürlich eine ganz, ganz große Stütze für die Jungen sein, weil wir mit unserer Erfahrung, wir können vielleicht nicht so schnell SMSen tippen, aber wir können den Geschichten erzählen, wie Dinge im Leben prinzipiell funktionieren. Wir können denen sagen, was wir erlebt haben. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen sammeln, aber ein weisen Opa, eine weise Oma, die da sitzen, zu denen ich hingehen kann und denen ich Fragen stellen kann, die einfach durch ihre Ausstrahlung eine Souveränität und eine Ruhe ausstrahlen, die geben doch den jungen Menschen erst überhaupt eine Perspektive zu sagen, es ist gut, ich gehe weiter diesen Weg und wenn ich das Glück habe, älter zu werden und nicht irgendwie als viel zu junger Mensch dahin gerafft werde, sondern wenn ich es schaffe, diesen Weg zu gehen, dann ist das ein Weg, der hat einen Bogen, der hat ein Ziel und dieses Ziel ist nicht, immer nach unten runter zu hängen und zu hoffen, dass alle mich mein Leben lang duzen und mir irgendwie ein Skateboard vor die Nase stellen. Das ist gut, dass Sie das sagen, weil man könnte ja auf die Idee kommen, dass der Lack ist ab, dass das der Versuch ist, unbedingt wieder jung zu sein. Das ist nicht, sondern einfach, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle, aber wenn ich jetzt mal sage als Mann, ich muss kein 20-Jähriger mehr sein. Genau, man kann auf dem Weg, natürlich, deswegen gebe ich ja auch ganz, ganz viele Tipps, die sagen, okay, diese oder jene Probleme kommen auf einen zu, die Prostatauntersuchung funktioniert so und die Darmspiegelung so, das ist der ganze Mist, der einem begegnet, aber ich muss dem, finde ich, mit hochgeklapptem Visier in die Augen gucken können und sagen können, okay, es ist vollkommen normal. Jeder zweite Mensch hat Hämorrhoiden. Jeder muss zur Darmspiegelung. All diese Themen, ja, das heißt ja nicht, dass ich die alle mit allen in meiner Sauna zeigen muss, aber ich sollte mir darüber bewusst sein, es ist normal und ich gehe diesen Weg und ich gehe zu den Vorsorgeuntersuchungen und ich kaufe mir eine Lesebrille und all dieses Wissen und dann, finde ich, sind einige philosophische Gedanken so ringsherum einfach interessant zu sehen, wie kann so ein Weg gemeinsam gehen und wie werden wir als generationsübergreifend, als Familie, wie werden wir zusammen diesen ganzen Weg durch unser Leben gehen? Und das macht das Buch dann auch wieder für Frauen sehr lesenswert, weil es geht darum schon um, ja, um das, was Leben ausmacht. Familie wie Liebe, wie kriegen wir das alle gemeinsam hin und es wirkt sehr authentisch, weil Sie im Moment auch genau in dieser Situation leben? Ich glaube, das ist das Tolle, was wir einfach mit der Lackes ab, mit der Serie auch erreicht haben, ist, dass wir so ehrlich Geschichten erzählen, die einfach dadurch, dass wir das erzählen, was wir in unserem und in unserem Freundeskreis in deren Leben erleben, ist das halt sehr, sehr leicht übertragbar. Alle Zuschauer, also wir werden dauernd auf der Straße angesprochen von Menschen, die sagen, woher wissen Sie, wie es bei uns zu Hause ist? Und ich versuche einfach, wenn ich die Geschichten schreibe, einfach bloß sehr, sehr privat auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite einfach sehr ehrlich zu sein. Ich will nicht mein Leben darstellen, aber ich stelle halt die Probleme, die ich genauso kenne, wie das, was ich recherchiert habe. Und wenn man das zusammenfügt, wenn man das einfach ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und auch sehr selbstkritisch darstellt, dann trifft man einfach auch die Wahrheit von sehr vielen anderen Menschen. Am Ende steht, ich danke meinen Kindern, die alles für mich sind. Das fand ich auch wirklich, das ist also eine Wunder, das sagt ja alles, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Aber Sie danken auch Ihren Eltern, die in mir die Begeisterung für das gesprochene Wort geweckt haben. Die Eltern waren, glaube ich, Journalisten, kann das sein? Meine Eltern, beide Journalisten, ja, ich schreibe die Bücher, ich frage Bettina ganz oft, Sachen, die jetzt die weibliche Sicht auf Dinge angeht. Das kann ein Mann ja nicht wissen. Da muss ich meine Frau fragen und sagen, wie fühlt sich das denn an? Weil ich denke ja, was ein Mann sieht und nicht, was eine Frau sieht. Klar. Und von daher habe ich da sehr viel Wissen durch die Gespräche mit ihr. Schreiben tue ich das dann alleine und versuche halt wirklich, den Ton so zu treffen, wie, also mich hat immer oft gestört, dass wenn man einen Fernseher anmacht und es unterhalten sich zwei Leute im Raum in echt und nebenher läuft der Fernseher, konnte man, kann man fast immer unterscheiden zwischen, das ist ein tatsächlich gesprochener Dialog und das ist ein Fernseh-Dialog. Und der hat oft so einen gewissen papierenden Unterton. Ja. Und ich wollte halt diesen Realismus, sowohl in der Serie als auch im Buch, dieses Gefühl, ich als Leser oder als Zuschauer könnte die Antwort sofort geben, weil ich mich direkt angesprochen fühle und das ist genau in der Tonalität, wie ich mich auch in echt unterhalte und nicht, wie sich jemand ausdenkt, wie Menschen sprechen könnten, sondern es hat diese, es ist halt sehr basic. Wie ist es jetzt für Sie, wenn Sie andere, also Sie andere Filme drehen mit Drehbüchern, die andere geschrieben haben? Ja, also ich mache ja im Moment ganz wenig anderes. Ich mache ja meine Sachen selber. Sie kommen gar nicht dazu, ne? Doch, ich habe gerade einen Film gedreht, da spiele ich den Vater der Lochis, also so eine Kino-Komödie. Ah ja. Das war ein sehr schönes Buch und da sind dann auch, gut, als Schauspieler ist man das gewohnt, entweder man ändert seine Dialoge, weil man sagt, wie das da geschrieben ist, ist für mich gar nicht so sprechbar, dann kann man in Absprache mit der Regie das oft sich mundgerecht machen und da hat ja auch jeder seinen eigenen Stil. Das muss halt der Regisseur dann sagen, wie das zusammengefügt wird. Der ist ja der, der das Ganze in der Hand hält und den ganzen Stil vorgibt. Und ansonsten bin ich echt im Moment, ich freue mich, wenn mal ein tolles Drehbuch kommt, wo ich Lust und Zeit habe, mitzuspielen, aber ich bin sehr, sehr ausgelastet und sehr glücklich mit den Dingen, die ich alleine mache. Und die sind ja auch sehr erfolgreich. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass ich ein Buch geschrieben habe, einfach weil ich das unbedingt machen wollte und dann landet es nach zwei Wochen auf Platz vier der Spiegel-Bestsellerliste und ist inzwischen in der dritten Auflage erschienen, dann macht mich das natürlich so wahnsinnig glücklich, dass ich im Moment einfach gar nicht, da denkt man gar nicht an andere Dinge, sondern wie geht es weiter, was mache ich jetzt als nächstes. Und es zeigt einfach, dass dieser Weg, den ich da eingeschlagen habe, nicht nur für mich funktioniert, sondern auch dem Zuschauer beziehungsweise Leser Spaß macht. Auf alle Fälle. Und das macht mich einfach sehr, sehr glücklich. Ja, also haben Sie schon ein Projekt im Kopf, was kommen könnte? Na, ich arbeite an verschiedenen Projekten gerade gleichzeitig. Also es sind, im Moment fühlt es sich so ein bisschen an wie so ein Reitstall, wo man verschiedene Pferde im Stall hat und guckt, welches jetzt als erstes durchs Ziel geht. Ja. Also ich habe ein Kinoprojekt, was ich geschrieben habe, was wir gerade verfolgen. Ich habe aber auch eine andere neue Serie entwickelt und es gibt auch ein Buch, was geplant ist, was auch schon angefangen ist. Also es gibt verschiedene... Und eine Familie. Verschiedene Sachen. Und eine Familie, die immer im Vordergrund steht. Natürlich, aber die muss ja auch noch bespaßt und versorgt und überhaupt werden. Also das ist schon... Ja, wie haben Sie es vorhin formuliert? Das ist so ein bisschen... Jeder Tag ist so, man kämpft sich so durch. Also ich plane nie für morgen. Immer nur heute. Bei mir ist immer heute, jetzt bin ich hier, dann bin ich da, dann mache ich dies und dann mache ich das. Und ich versuche halt immer total im Hier und Jetzt zu sein. Und man hat natürlich manchmal so perspektivisch, dass du sagst, okay, Samstag ist ein Handballturnier und vorher ist es aber noch Gartenarbeit im Kindergarten. Da weiß ich also, wie ein Samstag unter Umständen aussieht. Aber an sich genieße ich echt jeden Augenblick und versuche, alles, was heute ansteht, nach und nach zu erledigen und morgen gucke ich, was dann kommt. Sehr gut, dann nehmen wir uns ein Beispiel. Damit lebt es sich wirklich viel, viel einfacher. Warum sind Sie nicht auch Journalist geworden? War das je im... Weil ich meine, Sie schreiben sehr gut. Warum der Schauspieler? Also der Schauspieler ist entstanden dadurch, dass ich eben mit 14 im Deutschunterricht von der Uraufführung von Schilders Räubern gehört habe und mich das so fasziniert hat, dass es möglich ist, durch eine künstlerische Darstellung auf einer Bühne den Horizont von Menschen zu erweitern. Also Fragen zu stellen, Dinge darzustellen, die es den Zuschauern ermöglichen, sich anders wahrzunehmen in dieser Welt. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das möchte ich machen. Und da habe ich zu Anfang halt nur an Theater gedacht. Film spielte überhaupt keine Rolle. Und als sich dann das plötzlich ergeben hat, sehr, sehr schnell, seitdem ich in München war, als ich dann kleine Haie drehen konnte, war halt von heute auf morgen wirklich alles wie im Film sozusagen, mein Leben völlig anders. Und dass ich schreiben kann, habe ich erst vor fünf Jahren entdeckt, als ich wusste, ich möchte die Serie Der Lack ist abmachen. Ach, ist das. Und festgestellt habe, da hatte ich zu Anfang halt überlegt, es mit Studenten zusammen zu machen, weil ich dachte, so junge Leute, die können das doch. Junge Filmstudenten. Habe aber gemerkt, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil natürlich junge Menschen gar nicht über das Thema sprechen können, was ich behandeln wollte. Also es weiß kein 20-Jähriger, wie sich ein 40-Jähriger fühlt. Das denke ich mir manchmal auch bei Werbung. Also wenn ich so Werbung für 40-, 50-Jährige sehe, da denke ich mir, wer hat diese Werbung gemacht? Es ist halt vieles ausgedacht. Und ich glaube, das, was mich einfach am meisten reizt in dieser ganzen Form der Unterhaltung ist, wenn es nicht nur ausgedacht ist, sondern wenn das, was ich an fiktionalen Inhalten zeige, also was an letztlich erfundenen Geschichten, die müssen für mich immer so relevant, ist ein sehr abgenudeltes Wort, aber so eng mit meinem oder dem Leben der Zuschauer verknüpft sein, dass es eben nicht nur ausgedacht ist. Also dass irgendwo ein Toter liegt und man dann rausfindet, was passiert ist. Das ist eine Form von einem Rätselspiel. Das gibt es und das sehen die Leute sehr gerne. Aber mich interessiert in erster Linie im Moment Komödie und bei der Komödie eben dieses, das ist ein ganz, ganz elementaren, engen Zusammenhang zu meinem Leben, genauso wie zu dem Leben von jedem Zuschauer hat, weil es einfach so basic ist und so nah an unserer Lebensrealität. Und ich gucke auch Lieben, Geine Spiderman. Aber trotzdem sind die Geschichten, die ich erzählen möchte, die sind eigentlich winzig, winzig klein und deswegen riesig groß, weil diese winzigen Dinge in unserem Leben halt alles letztlich beeinflussen. Aber das ist doch, haben Sie nicht auch den Eindruck, weil Serien sind ja im Moment sehr, sehr erfolgreich und jeder, der uns auch hier zuhört, hat schon mal Netflix geschaut, Amazon und da ist ja auch ihre Serie zu sehen. Aber auch da habe ich mir oft so gedacht, selbst wenn ich jetzt so an Sopranos denke und so, es geht auch da immer, also es geht um die Familie. Ganz viel ist Familie. Ganz viel, ja. Und auch um den Alltag. Ja, das ist ja auch absolut richtig, weil das ist natürlich das vorherrschende Thema für uns alle. Also wenn die, das finde ich auch gerade, wir sehen das in amerikanischen Familien, in amerikanischen Filmen, ja noch viel, was wir dann schnell als pathetisch empfinden. Da wird schnell etwas vor anderen diskutiert, da wird schnell etwas so, sagen wir mal, eine private Situation in die Öffentlichkeit getragen und wird deswegen dann als Zuschauer empfindet man es dann noch viel dramatischer, ja, oder man hängt noch viel mehr mit da dran. Aber ich finde, es hat was ganz, ganz Tolles, weil es halt diese Werte uns immer wieder auch ins Gedächtnis ruft. Wir sitzen, also wir haben doch ganz viel, finde ich, man hetzt hinter Dingen hinterher, die letztlich überhaupt keine Bedeutung für unser Leben haben. Und dann gibt es, oft sind es ja leider sehr dramatische, traurige Ereignisse, die uns für kurze Zeit uns wieder wirklich völlig auf uns besinnen lassen und sagen, es ist doch scheißegal, was das für eine Note ist oder ob man jetzt dieses oder das erreicht hat. Das ist doch überhaupt nicht wichtig. Das Einzige, was doch, wenn man es mal wirklich runterkocht, ist doch, sind meine Kinder gesund? Kann ich lange für die Kinder da sein? Sind wir zusammen? Haben wir gemeinsame Erlebnisse? Und dann ist es doch letztlich total runtergekocht auf einen ganz, ganz kleinen Kreis von Menschen, die mein Leben komplett ausmachen. Und alles drumherum könnte doch wegfallen. Es ist doch, also für mich, ich glaube, es geht vielen anderen auch so, aber für mich, ich weiß, in echt ist es ein so irrsinnig enger Kreis oder in echt ist es so simpel, zu gucken, zu sagen, wie geht es diesen wenigen Menschen, für die ich wirklich da sein kann und mich darauf zu konzentrieren. Da ist sicher ganz viel Glück. Total. Und es kommt ja auch an, ich glaube, Sie haben das auch erwähnt, dieses eine Buch, da gibt es mittlerweile viele Bücher, Menschen am Ende ihres Lebens, was sie bereuen. Und ich habe da auch ein sehr berührendes gelesen und da war, da war halt auch eigentlich so, da geht es dann nicht mehr darum, was hatte ich für eine Stellung im Beruf oder, sondern es geht darum, aber nur damit beschäftigen wir uns ja ganz viel im Alltag oder man ist enttäuscht, weil man vielleicht jetzt nicht die nächste Stufe erklommen hat, ein anderer ist vorgezogen. Und dabei ist am Ende, sagen diese Menschen, die ja wirklich am Ende ihres Lebens stehen, die sagen, hätte ich doch mehr Zeit mit den Menschen verbracht, die mir wirklich wichtig sind. Genau. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Es hat sicherlich auch sein Gutes, weil man sonst auch ja manchmal verrückt werden könnte, wenn Sachen nicht so sind, auch in der Familie, wie man sie sich wünscht. Vielleicht, ja, ja. Ja, aber wir beschäftigen uns ja permanent mit Sachen, die eigentlich vollkommen bedeutungslos sind. Und dann kann so ein WLAN-Passwort oder ein zu teuer gekaufter Pullover oder was weiß ich was, wo man denkt, der war doch gerade dann da runtergesetzt. Wo man denkt, ich konnte es mir leisten, ich habe es, solange wir ein Dach über dem Kopf haben, ist doch eigentlich etwas zu essen, ist doch alles andere vollkommen zweitrangig. Und da hetzen wir den ganzen Tag hinter Sachen. So lächerlich, ja. Es ist so lächerlich. Es hat aber eben den Vorteil, dass man auch ein bisschen abgelenkt ist. Und das können ja nicht alle Menschen nur als Philosophen den ganzen Tag durch die Welt sein. Genau, das ist mir eben gerade gekommen und das ist wieder das Schöne an Kommunikation, an Gesprächen mit Menschen, als Sie das sagten, vielleicht ist das ja auch einfach gut, weil unsere Kinder würden ja durchdrehen, wenn wir uns den ganzen Tag nur mit denen beschäftigen. Deshalb ist es ja gut, dass wir auch endlich mal aus dem Haus gehen und auch mal was anderes im Kopf haben. Nein, das ist absolut wichtig. Das heißt ja auch, glaube ich, überhaupt nicht, dass man dann den ganzen Tag mit denen irgendwie auf der Wiese eng umarmt stehen muss und sagen muss, wie toll, dass wir uns alle haben. Das kann es ja nicht sein. Dann gehen wir den Kindern auf den Zeiger und die, ehrlich gesagt, uns ja auch, wenn sie den ganzen Tag nur am Bein klären. Also von daher ist das, ich glaube, das Entscheidende ist ja diese bedingungslose Liebe, die man zueinander hat und dieses Wissen, man ist immer füreinander da, man hat sich, das heißt aber nicht, man hat sich den ganzen Tag an der Hand. Ist es nicht das auch, was Männer manchmal im Nachhinein bereuen und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, da kriegen Männer mit 70 oder auch mit 60 noch mal Kinder und dann sagen sie, endlich kann ich das mal richtig genießen. Also haben sie da irgendwas versäumt? Sicher, aber ich glaube, dass vieles auch einfach eine Form von Veranlagung ist und es gibt sicherlich Männer, die sagen, sie können mit ihren Kindern eigentlich gar nichts anfangen, bis sie sprechen können und sind jetzt nicht so die, die gerne Windeln wechseln, sondern überlassen das dann immer noch lieber den Frauen. Es gibt aber genauso Männer, zu denen auch ich gehöre, die Babys halt von der ersten Sekunde an, die gehören einfach so hundertprozentig dazu und ich finde Windeln wechseln finde ich einfach großartig, weil das so ein intimer Akt mit diesem Kind ist. Oh, was eine schöne Aussage. Nein, ich finde das so toll. Ja, ich verstehe genau, was sie meinen. Dass man sich in die Augen guckt, also es geht ja nicht ums Windeln wechseln, sondern dann liegen die auf diesem Wittertisch und das finde ich einfach wahnsinnig dankbar, dass ich das so erleben darf. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Deswegen glaube ich, kann man auch den Männern, die sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt den ganzen Tag irgendwie da rumpuddeln kann, sondern ich bin der, der halt uns das durch die Arbeit ermöglicht, dass wir so leben können, wie wir es tun. Denen kann man ja keinen Vorwurf machen. Das ist ja ein Empfinden, das kann man nicht, finde ich, kann man sich nicht einreden. Kann man nicht verordnen. Nee, kann man überhaupt nicht verordnen. Sie meinen, das ist einfach, das ist in einem drin und ja, Interessantes zu hören aus ihrer Sicht, weil ich dachte immer, das könnte man auch irgendwie, nee, man kann sich dazu. Wenn der Mann einfach sich darüber definiert, der kann ja trotzdem ein sehr guter Vater sein und seine Kinder über alles lieben. Absolut. Also ich glaube, das ist eben so ein bisschen die Gefahr, dass wir da versuchen, immer alles irgendwie gleich zu bügeln und die anderen danach beurteilen, wie das für mich von außen aussieht. Das kann doch keiner von außen beurteilen, was wie die Liebe zwischen dem und dem Elternteil oder dem Kind ist. Da ist jeder anders und ich glaube, es gibt gewisse Bedürfnisse, die sowohl die Eltern als auch die Kinder haben und die müssen erfüllt werden, damit das in der Familie funktioniert. Aber wie das bei welcher Familie, ich würde mir nie erlauben, da ein Urteil über irgendjemanden zu fällen und zu sagen, der macht das aber falsch. Also es gibt ja da keinen Führerschein, so sehr man sich das manchmal wünschen würde, dass man sagt, Mensch, das sieht jetzt gerade traurig aus für das Kind, weil die Eltern da, weiß ich nicht, heutzutage noch im Auto mit dem Kind rauchen, wo man denkt, das muss doch jetzt nicht mehr sein in der Gesellschaft. Gibt es aber auch noch. Ja, klar. Das Geheimnis glücklicher Paare, das war ja ein Film von Ihnen und ich bin vorhin, da war wieder was anderes, was interessant war, aber jetzt, das ist ja schön, aber jetzt kam mir das nochmal, weil Sie auch sagten, was im Grunde, was die richtig machen, also dass man sich einfach nicht aus dem Blick verliert. Haben Sie da dazugelernt? Weil ich bin jetzt drauf gekommen, als Sie sagten, man ist so oder so. Das ist ja auch nicht Ihre erste Beziehung mit Bettina. Also Sie haben ja schon andere Beziehungen. Ich glaube, wir alle, ich wünsche uns allen, dass wir in dem Alter schon mehrere Beziehungen hatten und nicht nur eine. Das ist aber auch gemeint. Es gibt sicherlich welche, die kommen mit 16 zusammen und bleiben ihr Leben zusammen. Das ist sicherlich auch, also das kann ja sein. Kann ja sein, und es klappt. Und es klappt. Also von daher, man weiß überhaupt nichts. Also als ich das mit den Ehepaaren gedreht habe, da habe ich Paare getroffen, die waren so, wie wir jetzt gerade gesagt haben, wirklich ewig. Ich habe auch einen Mann getroffen, der sagte, er war, also das war ein Paar, die haben mit 80 geheiratet und sie war vorher fünfmal verheiratet, mit fünf Männern und er war vorher 50 Jahre mit einer Frau verheiratet und sagt, die letzten 25 Jahre waren aber die Hölle. Also das muss man sich ja auch nicht geben, aber die waren jetzt halt mit 80 super glücklich. Oh, wie schön. Und andere, die sagten, sie waren 50 Jahre zusammen oder sind jetzt 50 Jahre verheiratet und guckten sich dann im Laufe des Gesprächs an und sagten, ich habe dich eigentlich auch nie betrogen. Und dann sagte der andere, ne, ich dich auch nicht. Und dann war eine Pause und dann sagte, ich weiß nicht mehr wer, aber vielleicht haben wir auch was verpasst. Und das finde ich halt, ist auch sehr niedlich. Ist auch niedlich, ja. Und ich glaube, es ergibt sich halt ganz vieles im Leben und man kann aus gewissen Situationen sicherlich was lernen. Trotzdem gehe ich einfach davon aus, dass erstens jeder in der Situation, in der er Entscheidungen trifft, immer ja glaubt, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn man dann hinterher feststellt, aus der heutigen Sicht nach der mir nun bekannten Entwicklung, der Dinge, weiß ich, es war die falsche Entscheidung, kann man ja nicht sagen, rückwirkend würde ich das jetzt anders machen. Weil zu dem Zeitpunkt hatte man nur das Wissen. Und dann hat man es ja richtig gemacht. Man hat es richtig gemacht. Man hat es sich ja nicht leicht gemacht. Ich glaube, vielen Menschen werden Vorwürfe gemacht, du hast hier dies und das falsch gemacht. Ich glaube, wir alle versuchen immer, immer für uns und für unsere Nächsten richtig zu handeln. Wer tut denn extra etwas, um wem anders wehzutun? Wer tut denn extra was, um irgendwo Schaden anzurichten? Ich glaube, das passiert ja eigentlich nicht in Beziehung. Ja, das ist gut, wenn man sich das manchmal immer wieder vor Augen führt. Also ja, es ist ja auch nur eine Vermutung. Vermutung aus Lebenserfahrung und was man gelesen hat und mit wem man gesprochen hat. Aber ich glaube, also ich habe ja auch eine gewisse Erfahrung und Lebenserfahrung und was ich irgendwann mal gelernt habe, auch aus vielen so, wenn man so auch mal Interviews hört mit oder selber mit Therapeuten, dass dieses Ändern wollen oder dass man einfach auch, ich glaube, zu einer guten Partnerschaft gehört einfach dazu, dass man auch die Macken des Anderen dann einfach immer lässt. Weil wenn man anfängt, das immer wieder ändern zu wollen, ich glaube, da macht man sich unglücklich und den Anderen erst recht. Wahrscheinlich ja. Also das ist, was ich jetzt gerade auch für das Buch rausgefunden habe in den Gesprächen mit Therapeuten, ist, dass eben die größte Schwierigkeit ja ist, sich selber treu zu bleiben und dabei trotzdem für den Anderen die Kompromisse zu machen, die man machen muss, damit man für den Anderen überhaupt akzeptabel in Anführungsstrichen ist. Das kommt auch noch dazu, ja. Das ist ja ganz, ganz schwer. Also welche Wünsche, Sehnsüchte muss ich eigentlich alle zurückstellen, damit diese Beziehung überhaupt funktioniert? Und diese Gratwanderung zu gehen, dass man dabei nicht sich selber außer Acht lässt oder sich so vernachlässigt, nur um die Beziehung zu retten, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, der wir alle gegenüberstehen. Das ist auch wieder diese, das kommt auch bei Ihnen im Buch, der Lack ist ab, das zu erreichen, weil Beziehung ist immer eine Mischung aus Nähe und Distanz. Also ich glaube, man muss beides wahren. Sonst kriegt man nämlich auch wieder in der Sexualität Probleme. Oh, das ist so schwierig. Ja, man wird doch verrückt, wenn man den ganzen Tag, also wenn man den ganzen Tag zusammenhockt, das muss nicht sein. Dann hat das ja auch nichts, nichts mehr, wo man sagt, kein Geheimnis mehr. total scharf aufeinander, sondern dann hat man sich halt 24-7 und sitzt sich da gegenüber und das bringt sicherlich andere Probleme mit sich. Auf der anderen Seite, ich finde es zum Beispiel herrlich, wenn man mit dem Menschen, den man liebt, so viel Zeit verbringen kann wie möglich und deswegen, wir werden auch immer wieder gefragt, Bettina und ich, wie ist denn das, wenn ihr zusammen dreht, geht ihr euch da nicht auf den Zeiger und da ist wirklich unsere Standardantwortung. Wir sind einfach glücklich, wenn wir die ganze Zeit miteinander sein können. und jeder von uns hat ja trotzdem ganz viel Freiraum und jeder macht seine eigenen Projekte. Wenn sie zum Drehen fährt, bin ich natürlich nicht dabei und dann habe ich die Kinder oder umgekehrt oder ich sitze nach dem Drehen noch im Schneideraum. Da haben wir ja in echt nur zehn Tage zusammen gedreht vor. Ja und ihr seid, im Grunde seid ihr dann zusammen in einem kreativen Prozess, was ja auch sehr spannend ist. Jeder bleibt eine eigene Person und ihr seid ohne Kinder mal, was ja auch, das sagt man ja selten. Ist auch noch schön. Ach, das Leben, also man kann nicht sagen, es ist einfach, aber es ist schön, oder? Ich hoffe, es ist für die meisten Menschen, dass es schön ist. Spannend. Für alle, es ist für niemanden immer nur einfach. Und ich glaube, wenn man diese Glücksmomente hat, dass man sagt, das ist eigentlich in erster Linie schön, dann ist es auch alles völlig wurscht, dass es dabei nicht immer einfach ist. Sehr, Sie haben auch schon so ein bisschen Philosophisches haben Sie schon auch in sich drin. Das ist sehr lieb ausgedacht. Ja. Und von diesem Philosophischen kommen wir jetzt wieder zu etwas sehr Profanem, wo Sie ja sehr ehrlich sind. Tönen oder färben Sie jetzt eigentlich? Im Moment ist es, also das ist immer, ich verstehe auch nicht, manche Leute sagen ja, nein, nein, das ist nicht gefärbt, das ist nur getönt. Das ist nur getönt, das sagen wir Frauen auch gerne manchmal. Was für ein Schwachsinn ist das denn? Also das ist ja, Ja, aber dann hat man das Gefühl, man macht nicht so ganz sowas anderes, aber es ist so lächerlich. Also das halte ich für vollkommenen Quatsch. Ja, ich fühle mich so vorgeführt. Zwischen Färben und Tönen ist ja eigentlich nur die Art des Produktes und der chemische Prozess, der da stattfindet. Färben dauert eine halbe Stunde ungefähr und Tönen dauert nur fünf bis zehn Minuten. Und ich habe für die Serie, der Lack ist ab, für die fünfte Staffel hatte ich die Haare blond gefärbt, weil das kann man nicht blond tönen. Ja. Mit der Durchschlagkraft sozusagen. Sie kennen sich echt aus, ja. Ja, und jetzt im Moment ist es getönt. Also es nennt sich Tönung und es geht halt viel schneller. Wenn man das macht, hat man halt nicht die Zeit, was ich sonst immer toll fand beim Färben. Habe ich nämlich dadurch, dass ich dann eine halbe Stunde alleine im Badezimmer bin, Zeit Liegestütze und Sit-Ups und sowas zu machen. Beim Tönen schafft man das nicht. Da ist man, sobald man sich den ganzen Kram auf den Kopf gedrückt hat, dann muss man schon schnell unter die Dusche, weil sonst kriegt man diesen Playmobil-Männchen-Effekt. Wenn das zu lange einwirkt, sieht es lächerlich aus. Sieht nicht schön aus, ja. Ja, aber vielleicht, ich meine, ich glaube, dass sie es aber auch, weil Männer tun sich ja wirklich schwer. Also nicht nur Gerhard Schröder, der ja nie getönt oder gefärbt war. Aber da hat man ja schon gesehen, also Männer tun sich sehr, sehr, während es für uns Frauen jetzt mittlerweile wirklich Standard ist, auch mehrere Farben eventuell mal auszuprobieren. Aber Männer tun sich ja da verrückt schwer. Es gibt so ein komisches, positives Vorurteil ja Männern gegenüber, dass man sagt, die sehen mit grauen Haaren aus wie George Clooney und alle Männer werden interessanter, wenn sie älter werden. Das, glaube ich, empfinden nur die wenigsten Männer so, weil die meisten Männer merken, okay, ich brösel halt so vor mich hin, mein Knie ist kaputt, mein Rücken ist kaputt, ich kriege eine Wampe und die Haare fallen aus. Und dann noch grau. Dann kann man natürlich sagen, hey, ich stehe dazu, das ist alles cool. Wenn sie sich damit wohlfühlen, wunderbar. Ich finde es im Moment halt, wenn man aufsteht und man ist auch noch blass, weil man jetzt gerade keine Zeit hatte, draußen zu sein und so, und dann ist man grau und so fahl und guckt sich in den Spiegel an. Das ist nicht schön. Finde ich es für mich, mir ist doch völlig wurscht, was die anderen denken. Das ist für mich, dass wenn ich morgens aufstehe, denke ich, oh, wenn die Haare jetzt ein bisschen Farbe hätten, dann würde ich mich einfach wohler fühlen. Ich sehe mich ja sowieso unscharf im Spiegel. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt da denke, wow, wie geil sehe ich denn aus? Sondern ich denke, ah, da kommt entweder so ein ungetoastetes Toast ins Badezimmer geschlufft oder es kommt was, was so ein bisschen farbig aussieht. Ja, dann hat das so ein bisschen mehr Kontrast auch das Bild. So, und dann hat man mehr Lust aufzustehen, finde ich. Wenn ich das in zwei Jahren nicht mehr mache oder in einer Woche, dann finde ich es halt dann anders. Ich finde nur, das Entscheidende ist doch, dass man sich dafür überhaupt nicht zu schämen braucht. Man schämt sich ja auch nicht, wenn man eine Warze wegmacht oder die Fingernägel schneidet. Ja, das ist so verrückt. Also das ist doch alles, ich kann doch mit meinem Körper machen, was ich will. Und wenn ich mich dabei wohler fühle und die meisten Männer versuchen das halt noch so, als wären sie nie grau geworden, und dabei weiß jeder, dass man eben ab einem gewissen Alter also fast jeder graue Haare kriegt. Und dann, finde ich, ist es doch für alle am einfachsten, wenn man damit ganz ehrlich umgeht und sagt, dann schmiere ich mir da Farbe rein, wenn nicht, dann nicht. Also das muss ja jeder für sich wissen. Nur ich glaube, Charme ist völlig unangebracht. Und das Schöne ist ja sogar, dass ein Star-Friseur, Udo Walz, ja auch noch das quasi das Sakrileg darüber gibt, weil wenn man färben geht, besonders Frauen beim Friseur, dann kann das mal sehr teuer werden. Und es geht aber genauso die Billiglösung aus der Drogerie. Das muss man halt auch mal sagen. Man muss es dann halt aber auch üben. Das ist schon, also man muss es dann machen. Ja. Und dazu muss man einfach mal hingehen und es mal ausprobieren. Und ich kann nur empfehlen, für 5,99 Euro gibt es hervorragende Produkte. Dauert 10 Minuten und fertig. Und mehr von diesen wundervollen, einfachen und auch nicht teuren Tipps lesen Sie in der Luck is Up. Genauso wie die Serie, Herr Wiesinger, muss ich sagen, gelungen. Also schön. Dankeschön. Kann ich nur empfehlen. Also ich glaube, da kann man viel, ich bin schon gespannt auf das neue Buch. Und ja, dann hören wir uns einfach wieder. Das dauert jetzt aber. Das dauert auch schade. Aber unbedingt erwähnen muss ich noch, dass Sie, das haben wir irgendwie, ich weiß nicht, Sie waren ja schon mal hier, oder ich weiß, ich kann mich nicht mehr so erinnern. Aber Sie sind ja, wir senden ja hier aus Bad Vilbel in der Nähe von Frankfurt. Wir sind ein hessischer Sender. Und Sie waren zwei Jahre Ihres Lebens in Bad Vilbel. Das ist ja unglaublich. Ich war, ja. Also 1966 bis 68 war ich in Bad Vilbel. Und meine Eltern sind gerade neulich da hingefahren, um sich einfach nochmal den alten Ort anzugucken. Das ist verrückt. Unter welchem Baum ich im Kinderwagen gelegen habe. Und was weiß ich wieso. Das haben Sie mir dann alles als Fotos geschickt. Das hier hast du gelegen. Oh nein, wie süß. Aber das hat sich einiges verändert wahrscheinlich, oder? Haben Sie bestimmt auch erzählt. Ja, das haben Sie erzählt, aber ich war einfach so lange nicht mehr da. Bis letztes Mal, ich war ja im Studio, aber dann sehe ich halt so irre wenig. Wir sind ja dann leider immer nur so ganz kurz an Orten, sodass man gar nicht das so hat, dass man sagt, man kann das sich jetzt echt in Ruhe angucken, sondern eigentlich immer nur Flughafen, Studio und zurück. Kai, was haben Sie denn hessisches behalten? Hessisch, ich habe ja mal für kleine Haie habe ich ja hessisch Unterricht gekriegt. Ich muss jetzt mal schnell überlegen, wie das war. Eides sieht man doch sofort, was das für seltene Fisch sind. Ja, super. Eides sieht man doch sofort, was das für seltene Fisch sind. Da muss man genau Flächeplan einhalten, sonst gehen die sofort kaputt. Dafür hatte ich einen Lehrer, aber es ist auch 30 Jahre her. Aber wie toll, oder? Es kommt immer noch, also die Vergesslichkeit ist nicht ganz so schlimm ausgeträgt. Solche Sachen kann ich mir merken, aber ich weiß kaum, wo ich mein Auto geparkt habe. Ich hoffe, heute ist es anders, lieber Kai. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich schon auf unser nächstes Zusammentreffen. Sehr, sehr gerne. Dankeschön und bis dahin. Schön, dass Sie bis zum Ende durchgehalten haben und diesen Podcast mit Kai Wiesinger gehört haben. Es hat Ihnen hoffentlich gefallen. Wir können uns wiederhören im Radio, immer am Sonntag zwischen 9 und 12 oder natürlich überall mit allen Gesprächen, überall da, wo es Podcasts gibt. ... ... ...